Sehst du überhaupt, dass der Trabant der diräuschärmste Auto der Welt ist? Nee, wie kommst du denn darauf? Da kannst du während der Fahrt mit den Knien die Ohren zuhalten. Ist euch eigentlich schon aufgefallen, dass in der letzten Zeit so viele statt mit der Aktentasche mit dem Rucksack zur Arbeit gehen? Nein. Nein, das sind alle diejenigen, die den Satz von Erich Honecker falsch verstanden haben. Ja, er hat doch gesagt, aus unseren Betrieben ist noch viel mehr rauszuholen. Mein Nachbar, der hat das richtig drauf, der sagt zu seinem Sohn immer, Jens Uwe, wenn du mir einen Staatsbürgerkunde nicht einer Eins nach Hause bringst, darfst du am Freitagabend nicht mehr FBI sehen.